Sehr schön. Die nehmen wir mit, noch nicht. Jump auf, die kommen hier drauf. Und kommen hier nicht weiter hoch, aber vielleicht doch. So, jumpy jump. Jump weg, jump. Vielleicht müssen wir hier drauf. Und so, hier haben wir sie auf Rücken. Oh ne, ist wieder hoch. Doch, das ist ein scheiß Weg. Und der Aufzug auch runter. Ich hätte gerne den Aufzug hier. Hallo, der Aufzug ist der Aufzug kaputt. Oh, cool. Keine Ahnung, was das Ding macht, aber... Cool, ich fühl's gut. Ich fühl's hart. Es gehört mir, also wie ich es habe. Oder so ähnlich. Ja, ich glaube, ich mag gleich wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bereits gezogen habe. Ich gehe wahrscheinlich, um mir die ganze Zeit still zu stehen. So, irgendwo. So, irgendwie finde ich mein eigenes Stimmer, aber nicht so sexy, dass ich mir die ganze Runde reinhört. Dass ich hier die selbst gebunden habe, dass wir uns mit selten besprechen. Das ist dann doch relativ ungeil. Ah, wir können hier hochgehen. Gehen, 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 gehen. Geht uns. Ich brauche eine Hände, ich brauche eine Hände, ich brauche eine Hände, ich brauche eine Hände. Ich brauche eine Hände, ich brauche eine Hände, ich brauche eine Hände. Ich spier's habe es, ich brauche eine Hände, ich brauche eine Hände. 의 icing gegen wen Schrauber. Ja, du kannst das nicht 본. Ich schwerj' mich ansprechen. Übel denke ich... Und, äh, ich weiß nicht, hier muss ein Tourette von Lidio sein. Natürlich, noch mehr Tourette von Lidio. Alles klar. Endlich. Ey, du mit einem Scheiß, bin ich klar. Du bist ein Piss, Alter. Scheiße. Warte, ich hab doch die Jumpbox nicht. Wo sind sie denn? Das geht aber doch manchmal nicht gut, keine Ahnung. Ich... weiss, ich... Ich springe nicht signifikant höher. Ah, Arschloch. Ich springe das Arschloch. Nein, 2D, hab ich gesehen. Komm, ich hab grad ein bisschen. Das ist nicht gerade viel. Ja, die Unterweichen. Ends. Ey, mehr umschwenn ich jetzt nicht für diesen Piss an. Nee, es ist ein Schrasti aber nicht wert. Entschieden nicht. Na, soll ich mal überraschen? šja. Auch mal überraschen. Was... Freddy ellosаноaaaa自首... Ich Abgeordnete durch... Baum... Fischbanez. Ich muss sagen, bin ich ja auch schon der Ball. youngest... Ahzt, lecker, ein... Hm. Interessanter Aufzug. So, der Scheiss ist noch zu... Hier kommt wer überhaupt ein. Keine Ahnung. Hi! Das Video ist immer noch nicht tot gewesen. Es geht! Sowieso Gottmord sagt hier oder was? Scheiss, du Scheiss-Hacker. Ohne Witze, ey. Vollkommen. So. Ohja, bei dieser Geschwindigkeit... ...fiegt das jetzt an zu bieten, ey. Ohne Witze, ey. Schleifst du raus. Du brauchst kein Ecstasy, wenn du die Mucke hast, ey. Aber hallo. Scheiss auf Drohnen, gib dir an den Mucke. Ernsthaft. Das fickt alles... ...locker weg. Oh! Ich weiß nicht, dass ich mich gerade selbst gebunden habe. Ah, toll. Natürlich macht er die Köpfe anzu. Man geht auch dann, wenn ich abdrücke. Danke. Nur die Pilser. Was sagt jetzt? Bestimmt's? Den müssen wir auch noch nicht fahren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist ein nettes Schild. Wir haben wohl Benutzen dafür, dann benutzen wir die doch vielleicht mal vorerst. Und dann bin ich scheiße, weil wir sonst was mit nichts zu tun haben. Auf Tour, in Tour um die Reine. Wo ich sehe überhaupt nichts. Ach, ich sehe mich. So, wir hier. Irgendwo, wo ich gar nicht mehr schluglicht sein würde. Was? Doch. Die Reine. Deswegen würde ich eigentlich sogar ein bisschen mehr sein. So, wir gehen weiter. Luft. Sehr schön. Luft. Luft. Wie kommt hier eigentlich Luft hin? Na ja, egal. Hauptsache Luft. So. Ah. Ah. Bin ich hier jetzt richtig? Hallo? Au. Aua. Oh. Fack, fack, fack. Ich hab den. So, was ist das? Das ist halt noch ein paar. Sehr schön. Das ist ein Problem einfach. Ja. Oh. Wir sehen uns wieder. Ganzes Schild. Na ja. Danke. ийsch, pliies. Ge 판ier. Ach. Alles steht im Im From, entfernt zu. Äh, ich bin zwar... Wie komme ich da hin? 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 Wie ist das die Angen? Jagge dich. Ich will Dis. Tschöööö! Ja, da haben wir noch einen Biterium in Schuss! Ich kann nicht bliege! Hallo, hallo, hallo! Ah, das ist ein Kling! Tschöööö! Und wir sind hier! Wenn ich nötige dazu habe! Das ist doch mal geschah! Na? Die. Die war die klingelnden weich. Und ich würde sagen... Achso, das stimmt, was man da kommt. Das soll ich jetzt aber nicht überlegen. Ähm, müssen wir mich jetzt überlegen. Wo war der in Aufzug? Wir müssen ja wieder nach oben. Ich hasse dieses... Ich hasse dieses Scheiß-Schiff. Hab ich das eigentlich schon mal erwähnt, dass ich dieses Schiff hasse? Der endlich ist... Hier. Scheiße, jetzt ist es wie in jeder Kack aufzugehen. Oh ne, ich könnte dich töten, ey. Ich werde dich auch töten. Der zerbiebt mit mir. Und ich muss dich durch den Bief anhalten. So nicht sch... So nicht schön, du vertraut uns. Und ich wie beim Metzger, Alter. Geht aber schon ins Garze, ey. Oh ja. Oh ja. Katzen und Shit. Kiko Shit. So, wir sind nicht wieder oben. Können wir uns jetzt endlich ein Eis noch aufpacken? Und hoffentlich auch mal hier oben bleiben. Ich hasse dieses Dreck-Schiff. So. So. Ab. Und tief. Ich hab immer noch Camper, wie es hier weitergeht. Aber das... Ähm. Ja, genau. Jetzt kommen wir mal wieder drauf. Ähm. Entschuldigung. Ah, komm. Das muss ich sein. Ah. Oh fuck. Schieß dich durch. Alter. Na toll jetzt. Ich hab jetzt mal ein Fischgesicht. Oh. Toll ey. Darf ich den ganzen Scheißweg wieder langlautschen? Ist das denn wirklich dein fucking Ernst hier? Ist das wirklich dein Ernst? Oh blöder Pech. Ich schau mir auf die Augen. Das war so richtig. Richtig. So. Ich schau mir auf die Augen. Ich schau mir auf die Augen. So. 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 Ich drück meine Knopf. Innengyer, nous estimate. Wirendั่chen. Was ist개 他? Ladevogruhe. Ladevogruhe. Oh ich war nur nie so glücklich. Keine Hunginer Menschen zu bedienen. Aber eigentlich ist es ein Geish. Geish-Team rausgekern. So. Bye. Freiheit. Da eins tane Schnaps... Das ist so fuck, Chef. Ihr glaubt nicht, bevor ich über dieses... Ja, aber schon. Die Bio-Lival. Eine wunderschöne Hilfe. Wunderschön. Wirklich. Eigentlich genau das, was das ist. Besser. Wunderschön. 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 Das wäre das. Das lief doch... fast sogar besser als ich gedacht hatte. Oh, toll. Das ist das. Das ist ganz einfach eine verdammte hohe Verzension hat. So, dass ich diesen Penner hier einwandfrei ausschalten konnte. Der hat bestimmt wieder an meine Freunde getötet. Oder Wechsler. So, ööö. Dämliches. Mistvieh. Gibt's hier irgendwas schon? Rüstung. Sehr schön. Ich mag Rüstung. Davon. Rüstung-Teil. Kraftfelder. Gefällt mir. Ich mag Kraftfelder. Ich benutze zwar nicht, aber ich mag es nicht. Nein. Nee. Neeeen. Ohne. Achso. Bitch, please. Das nehm ich gerne mit. Das nehm ich gerne mit. Das... ich doof. das neben ich alles sehr gerne an. Ich... Möchte ich irgendwie befreien. Nein, leider nicht. Scheiße. Warum müssen die eigentlich alle gekreuzigt werden? Das ist doch... Mann, das ist doch unglaublich wack. Warum kreuzigt man kreuzigen? Okay, dann gegebenenfalls die Krete, die ich wirklich gerne auch kreuzigen würde. Aber nein, okay, bin ich dran. Oh, scheiße. Ich erinnere mich. Vielleicht sollte das... Perfekt. Das wäre ein Problem weniger. Wer ist tot? Ich lebe sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, es schmeckt mir. Schmeckt mir sehr gut. Gut. Wenn ich jetzt genau was du gewinnst, will ich... Mein Mann frei, hier fehlt wieder Wasser. Ähm... Was soll ich mal dafür sorgen? Dass diese Brücke hier runterkommt. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Ah... Cool, die kommt wieder automatisch... Ah, scheiße. Klingt schwer. Ja. Ich habe auch nicht... Besser, was du gewinnst. Das ist ein Mistviecher hier. Was ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich wollte dich nicht töten. Ah! 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 Komm her! Komm her! Komm her! Danke! Stürz ab, du bist viel. Angst? Ja, ist gut. Achso, er hat den Schackler gedrückt. Ich mag ihn. Und so. Bei Daumann habe ich ihn angeschossen. Mann, bin ich ein Arsch. Genau. Meditier weiter. Komm mal auf dein Leben klar, würde ich sagen. Oh, das war gar nicht geplant. Aber gut. Der Haupteingang ist demnach Marsch. Hier gibt es noch ein bisschen Position. Sehr schön. Oh, naja. Jetzt kommt er wieder mal. Oh, hier. Wieso? Lass mich. Ich kann fliegen im Rücken. Wo, 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 wo? Au, au, au. Das heißt, wie? Na. Gut. Das wär das. Wir haben keine Munition für die Flag. Aber die Wayrails sind los. Einfach. Weil ich würde gerne mit... Biologischer Masse zum Scheiße. Hm. Was? Cool. Er hatte Fressen. Der hatte wohl Hunger. Hör raus. Was? Was, 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 was? Wie kommt denn so eine Waffe? Was geht? Machst du mir die Tür auf? Schade. Finde ich sehr schade. Oh nein. Oh nein. Ah, das kann ja heiter werden. Tja. Nur so einfach werden die da wohl nicht rauskommen. Meine Leute. Meine lieben Freunde. Und das ist immer noch ein lustiger Wagen in diesem Spiel. Ich brauche Luft. 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 Oh, scheiße. Ich werde sterben. Fick dich. Luft. 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 Awesome. Yeah. Bitch, please. Schön. Schmeckt. Das schmeckt sogar sehr gut, Leute. Ich glaube gar nicht, was das für ein Genuss ist. Wie das schmeckt. Gut. Ja, das ist dann besoffen. Das hört man nicht zum... Und zum halben abgesoffen. So. Ähm. Wir gehen hier weiter. Dann fänden wir gerade so ein. Heisgar. Wie tut das? So. Leider wird die Feuerrat und dadurch... sehr... intensiviert. Das ist gar einfach so. Komm her jetzt. Wie du weißt aus. Wie du weißt aus. Wie du weißt aus. Sicher gibt's hier dich, Junge. Das ist mit Mitteltallen, Junge gerade. Was so? Das stimmt. Auf jeden Fall. Sterbe ich? Oder? Nein. Junge. Wir waren nicht so... Komm. Dank Gott, verdammt das scheiß Leben, du Mistgeburt. Rage Mode hier, ey. Verdammt, dann morgen kommt mein Vater. Warte. 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 Bist du gestern so eskaliert worden? Was war denn los? Ich hab dich hier nur auf Fluchen gelacht. Ja. Oh Gott. Na ja... Gehen wir mal weiter. Ähm. Geht mir das hier vorne weg. Na ja. So ein Kohl. Ist das so? Ja, sehr schön. Das Podi wäre gewusst. Okay, die Lösung von Problemen. Gut, was war das? Tja, aber jetzt kommen sie mal Gegner, die... ...bewaffnet sind. Diesmal nicht mit Katan an. Ja, X-Men Blades, die einen aus dem Knochenhaus bragen. Nein, sondern mit... ...Bio Rivals, weil man aber sonst nicht... Okay, nicht Bio Rivals. Sie müssen jetzt nicht... ...Bio Rivals, die einen aus dem Knochenhaus bragen. Was war das für den Knochenhaus? Sag ich doch. Aber mir glaubt immer wieder keiner. Das ist der Tempel, der... Es ist der Tempel, der da hinführt. Scheiße. Warum könnt ihr alle in diesem Knochen-Knochen schießen? Der geht mir damit so auf die Nüsse. Ich krieg Tourette hier. Ich krieg wirklich noch Tourette, ey. Das ist nicht mehr normal. Ich will ja gar nicht mitfahren. Ach ja, was soll ich sagen? Ich würde am liebsten... Ach ja, komm, hier. Das ist so gerade so idyllisch. Ich mach jetzt einfach mal einen Cut-Speicher und... Ich muss ja auch mal wieder meiner netten Person da antworten. So... Und dann sag ich jetzt einfach mal... Tschüssi, Sikowski. Gute Nacht. Wir haben jetzt kurz vor 12. Ich geh jetzt dann auch gleich irgendwie pennen vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Und ich sage mal Tschüssi, Sikowski, Leute.